Es war Derbyzeit für die Eintrachter an diesem Wochenende, es ging gegen die alte Liebe, gegen den alten Wein und die Top 10 gibt's jetzt, präsentiert von Bauerfeind Sports. Saisondebüt für unseren russischen Bären auf ungewohnter Position, aber Mitte kann er eben auch. Der Pierre! Let's go! Darauf später in Wodka, Alter. Hä? Hä? Okay. Wodka macht auch ein paar Tellersehne zusammen. Ja, ja. Auf der Neuen der Zitate, heftigste Tusch aller Zeiten. Der ist auf. Tusch, Tusch, hey! Hey, Tusch, hallo! Bruder, er regt sich doch auf. Das war der heftigste Tusch aller Zeiten, bitte. Tusch, hallo! Tusch, hallo! Tusch, hallo! Tusch, hallo! Dankeschön. Tusch, asozial vom Ref. Eigentlich asozial vom Ref, dieses Nachfragen und hoffen wir so ehrlich ist. Nein, alles gut! Aber auch die erste der Tuse hatte ihre Momente, stabilen Support mit dabei gehabt, das erste Saisonspiel am letzten Wochenende gewonnen und auch gegen die Eintracht immer mal wieder aufglitzen lassen, was denn möglich war. Sprung in Satz Nummer 2, Olaf spielt den Force-Winkler. Block 3! Und wenn wir schon beim MVP sind, Crunch time Satz Nummer 3, er musste und er lieferte. Oh, schau mal da, ist das nicht etwa? The big hat ne Severdin, Olaf die große Katze in der Defense gefordert. Die Eintracht gewinnt das Spiel, Derbysieger und so und ja, war auch alles richtig und wichtig, aber den besten Blockkontakt des Nachmittags, der geht an die Tusa, die Ein-Mann-Mauer gegen den Force-Winkler. Sprung aufs Treppchen mit dem Superstar, der nie sein bestes Spiel im Trikot der Eintracht machte, aber kicken konnte er schon immer. Auf der 2 die Einkachelung des Nachmittags, natürlich vom Force-Winkler. Auf der 2 die Einkachelung des Nachmittags, natürlich vom Force-Winkler. Wobei, einer war noch ein bisschen spektakulärer, aus der Rallye raus. Onaf nimmt sich gleich einen frechen ersten Kontakt und dann kommt der Vosswinkler auf zwei angeflogen. Also der Saisonstart in der Verbandsliga geglückt, zwei Spiele, zwei Sieger, Derbysieger, Ausrufezeichen dahinter. Und wenn du noch nicht genug hast von der Eintracht, dann geht's jetzt hier über die Endcard weiter mit den Spieltags- oder Trainingsvlogs.